Die Anomalien werden seit rund 150 Jahren bestens dokumentiert. Doch die Ignoranz der vielen Mainstream-Forscher gegenüber diesen Phänomenen und der Zeitgeist verweigern einen offenen und erweiterten Blick in diese unbekannte Wirklichkeit. Dennoch gibt es mutige Forscher, welche diese paranormalen Ereignisse nicht bloß als Hirngespinste abtun, sondern versuchen, sie zu untersuchen. Es ist natürlich schon etwas ungewöhnlich, dass man als Naturwissenschaftler und Technikwissenschaftler plötzlich auf die Idee kommt, ich erforsche jetzt mal Jenseitskontakte. Da muss also irgendwas passiert sein. Von alleine kommt man nicht auf die Idee. Und man läuft ja eigentlich auch viel mehr Gefahr, wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, dass man für verrückt gehalten wird, dass man seine Reputation aufs Spiel setzt. Dann fragte ich, ja, wie kommt es, dass sie hier, also unsere Sprache, also die Luxemburger Sprachen auch Deutsch, unsere Sprache eben so verstehen und damit kommunizieren können? Ja, darauf antwortete er, ich spreche alle Sprachen dieser Welt. Also dieser Cetaritikulianer, der behauptet, auch eine menschliche Inkarnation gehabt zu haben vor etwas mehr als 100 Jahren. Und er tritt auf als tibetischer Mönch. Und so sieht er auch aus. Das heißt, eine kleine Person mit entweder Glatze oder sehr kurzen, stoppeligen Haaren. Wir hatten ihn schon mit verschiedenen Haarlängen. Und als hier speziell diese pandemische Botschaft ausgegeben wurde, ja, da war er ganz glatzköpfig, ja, mit einer ganz glatten Glatze. In Summe finde ich es einfach spannend und interessant, dass natürlich so die Puzzlestückchen gut zusammenpassen. Und es ist egal, wo man hinguckt, irgendwie scheinen Außerirdische in der spirituellen Welt auch zum Narrativ dazuzugehören. Und das ist ja auch schon irgendwie bemerkenswert, auch bei den verschiedenen physikalischen Medien. Es ist jetzt nicht so, dass der Kai irgendwie UFO-Fan ist und daher müssen dann bei ihm Außerirdische kommen, sondern auch in den Warren Kaler beispielsweise berichtet von außerirdischen Wesenheiten. Oder, also das gehört irgendwie zu dem, was da so an Weltmodell oder metaphysischen Oberbau sich präsentiert. Scheint es egal, welche Quelle man anzapft, es gehört irgendwie wie selbstverständlich dazu. Und das kann man das mal zur Kenntnis nehmen. Wie den Wunderheiler beim Gebrauch seiner Fähigkeiten, mit welchen er einen jungen Mann von den Symptomen einer schweren Schüttellähmung, parkinsonschen Krankheit, befreit. Der Johannes, so hieß dann der zweite Sohn, der hat ein Foto gefunden, von seinem kleinen Bruder, der damals gestorben ist als Frühgeburt. Und er meinte dann, ohne dass er je was von dieser Geschichte wusste, er hat dann seiner Mutter erzählt, dass er das war. Und dass er sich noch ganz genau erinnern kann, wie traurig die Mama war und dass sie ihn nicht gehen lassen wollte, aber er musste noch mal gehen, um dann eben als Johannes wiederzukommen. Und er hat dann, ohne dass er sich noch nicht mehr verletzt hat. Und er hat dann, ohne dass er sich noch nicht mehr verletzt hat. Und er hat dann, ohne dass er sich noch nicht mehr verletzt hat. Und er hat dann, ohne dass er sich noch nicht mehr verletzt hat. Und er hat dann, ohne dass er sich noch nicht mehr verletzt hat. Und er hat dann, ohne dass er sich noch nicht mehr verletzt hat. Und er hat dann, ohne dass er sich noch nicht mehr verletzt hat. Und er hat dann, ohne dass er sich noch nicht mehr verletzt hat. Und er hat dann, ohne dass er sich noch nicht mehr verletzt hat. Und er hat dann, ohne dass er sich noch nicht mehr verletzt hat. Untertitelung des ZDF, 2020